Wir sind in San Francisco für ein spannendes Event der Grid World Series. Die Fahrer führen noch ihre letzten Kontrollen durch. Was erwartet sie auf dieser Strecke? Wenn ich mir diese Hügel ansehe, tun mir Leute wie Ajit Singh ein bisschen leid. Ist bestimmt nicht leicht dafür zu sorgen, dass die Autos hier nicht aufsetzen. Danke Mike. Wir widmen uns gleich dem Geschehen auf der Strecke. Denn jeden Moment geht es los. Bleiben Sie dran, es wird sehenswert. Die Fahrer werden nicht auf der Strecke. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Noch zwei Runden zu fahren. Hol dir die Führung, das ist die letzte Runde. Unser anderer Wagen ist bei einem Unfall zurückgefallen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Okay, du hast angegriffen. 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 Vielen Dank.